Rosalinde Haller ist noch erkrankt. Sie sendet Ihnen die besten Wünsche und auf diesem Weg die Tagesenergien. Tagesenergien, Rosalinde Haller, Samstag, 30.01. Heute ist wieder ein guter Friseur- und Kosmetiktag. Das gelagerte Obst, Gemüse kontrollieren, verkochen, neues einlagern ist gut. Sie sind sehr pflichtbewusst, Sie können Ihr Haushalts- oder Geschäftsbudget durchrechnen und gegebenenfalls verbessern. Lüften Sie Betten, Kleidung, Kästen, Keller und Dachböden. Dies schützt vor etwaigen Schädlingen. Sie können Obstbäume gut zurückschneiden. Im Übrigen sollten Sie gut auf Ihre körperlichen Bedürfnisse hören. Die Bauernregel sagt, je frostiger der Januar war, desto freundlicher das ganze Jahr. TV 21 Austria Einfach anders!